Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir sind hier bei den Philippinen-Kokodilen, der seltensten Panzerechsenart der Erde, also tatsächlich hoch bedroht. Da ist der Kölner Zoo sehr, sehr engagiert. Rund um Aquariumskurator Prof. Dr. Thomas Ziegler und sein Team gibt es da viele sehr erfreuliche Weiterentwicklungen. Uns ist die Erstnachzucht dieser Tiere in Europa in Menschenhand gelungen. Und zum ersten Mal weiß man jetzt auch, wie überhaupt eine Fortpflanzung und eine Aufzucht bei diesen Tieren passiert. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, weil wir dann wieder Individuen haben, die wir rückführen können, sondern wir wissen auch wissenschaftlich und können den Philippinos sagen, was diese Tiere brauchen, wie die Biologie dieser Tiere ist, wie das Brutverhalten ist und wie man diese Tiere wirklich erfolgreich nachzüchten kann. Hier sehen wir drei Jungtiere. Die sind im Sommer 2021 geschlüpft. Und die machen sich bald auf die Reise in die Philippinen, um dort auch die Wildbestände bei dieser wirklich hochbedrohten Krokodilart der seltensten der Erde wieder stärken zu können. Auch das eine Leistung von Zoos, von vorne bis hinten, also die Nachzucht, das wissenschaftliche Beschreiben, internationale Kontakte und die Rückführung. Also wirklich einmal das große ABC der Zooarbeit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.